Ja, also mein Name ist Bruder Markus, ich bin Mitglied in der evangelischen Bruderschaft Kecharismay aus Dettingen-Erms und wir beschicken in der Woche etwa für unseren Lebensunterhalt 20 Wochenmärkte im Großraum Stuttgart. Also wir sind vertreten hier in Kirchheim, in Reutlingen, in Metzingen, in Bad Urach, in Stuttgart-Gerlingen, in Tübingen. Ja, ich glaube, das ist es so im Großen. Metzingen hatte ich glaube schon gesagt, jawohl. Und unser Sortiment umfasst eben neben Blumen und Pflanzen auch eine ganze Menge an Schnittblumen. So haben wir jede Woche etwa 120 verschiedene Artikel im Sortiment. Und die Saison, die geht immer von Anfang März bis Dezember. Dann machen wir Winterpause, so in den kalten Monaten, da wollen wir das ja unseren Blumen und uns selber auch nicht antun. Und dann machen wir das ja unseren Blumen und uns selber auch nicht antun.